so die gespräche sind schon in vollem gange das ist wunderbar aber ich muss sie und euch leider kurz unterbrechen damit wir das ganze auch offiziell starten können bevor ich das tue bevor ich das endgültig tue gucke ich noch ob alle die leute die ich gerne in meiner nähe für jetzt die nächsten 30 minuten hätte das auch sind das ist da ja wenn sie noch ein bisschen mehr kommen das wäre wunderbar ihr drei steht da ihr steht auch da und so machen wir das jetzt auch in der reihe ihres auftretens was gleich geplant ist sehr geehrter herr botschafter lieber peter katzler schmal lieber wolfram putz lieber thomas willemalt lieber las kuckeberg liebe irina kurtisch willi liebe künstlerinnen die stehen jetzt nicht hier liebe freunde sehr geehrte damen und herren ich begrüße sie und euch recht herzlich zur eröffnung der ausstellung hotel iberia die stadt und der turm und freue mich sehr dass wir heute abend glücklicherweise auch bei diesem tollen wetter die gelegenheit haben diese wirklich wunderbare ausstellung zu eröffnen diejenigen die in den letzten sagen mal zwei jahren die mal darum öfters hier waren wissen dass es eine gewisse herausforderung ist wenn wir hier draußen die eröffnung machen aber wir versuchen trotzdem gemeinsam durchzuhalten und in gewisser weise gehört natürlich die stadt und der straßenlärm auch zur architetur und somit auch zur galerie also ich hoffe wir werden das hier technisch gut hinbekommen in den nächsten 20 25 vielleicht sogar 30 minuten ich stehe hier vorne nicht alleine das ist klar sondern mit mehreren gästen die in unterschiedlicher art und weise mit der ausstellung zu tun haben herr botschafter professor doktor levendizoria sie sind wie gesagt der botschafter somit in gewisser weise vielleicht kann man salopper weise sagen der diplomatische vertreter des zeitgenössischen des aktuellen hotel iberia projektes und seiner rahmenbedingungen hier in berlin peter katola schmal du bist direkter des deutschen architurmuseums in frankfurt am main die meisten von den gästen kennen dich und du hast zusammen mit irina kotisch willi die ausstellung kuratiert hybrid tiblissi genau betrachtung zur architektur in georgien eine ausstellung die 2018 2019 am deutschen architurmuseum zu sehen war las grückeberg wolfram putz und thomas willemite sind von graft hier und ihr seid hier weil ihr habt 2008 den um renovierung um erweiterung des hotel iverias abgeschlossen und seit aktuell mit städtebaulichen planung beschäftigt ich hoffe ich gebe das richtig wieder ihr werdet nachher noch die gelegenheit haben das im zweifelsfalle zu korrigieren die wichtigste person des heutigen abends aber ist die einzige dame in dieser runde heute die einzige dame in dieser runde irena kotisch willi denn sie ist die kuratorin dieser ausstellung und nachdem ich jetzt zwei stichpunkte zu jedem zu jeder gesagt habe würde ich mich über einen kleinen applaus darüber freuen dass alle hier pünktlich erschienen sind herzlich willkommen herzlich willkommen in der architektur galerie berlin und herzlich willkommen natürlich in berlin damit wir das was wir sehen besser verstehen wird uns irina kotisch willi im nachhinein ein paar stichpunkte zur ausschung mit auf den weg geben bevor ich jedoch das mikrofon an sie übergebe werden noch die anderen gäste sprechen das ist klar aber bevor ich das mikrofon an die gäste übergebe würde ich gerne noch einen kleinen kommentar zur ausstellung machen ich würde gerne sehr sehr viel mehr darüber reden weil ich habe selten eine solche komplexe umfangreiche ausstellung hier zeigen können in der galerie aber aufgrund des umfangreichen rednerinnenprogramms fasse ich mich kurz und sage nur folgendes diejenigen die öfters hier in der galerie zu gast sind wissen dass wir dass der fokus der ausstellung im prinzip auf zeitgenössische architektur liegt das seit 20 jahren wir hatten die letzte ausstellung die wir hier gezeigt haben war tatsächlich die hundertste in diesem raum also wir der fokus der ausstellung liegt auf zeitgenössische architektur mit dem zunehmenden schwerpunkt seit einigen jahren dass wir natürlich immer versucht haben sozusagen nicht nur die ästhetischen momente zu beleuchten sondern auch zu fragen warum ist das so also die gesellschaftlichen kontext und die gesellschaften relevanzen abzufragen bei hotel iveria die stadt und der turm also der ausstellung die wir heute eröffnen ist es nun das erste mal dass eigentlich die kontext betrachtung und die zeitgenössische architektur nicht nur in balance sind sondern dass der fokus vor allen dingen auf dem kontext liegt und das besondere daran ist wiederum dass ich dieser schwerpunkt der inhaltlichen betrachtung der auch ein sehr politischer ist vor allem aus persönlichen erfahrungen speist und durch eine unmenge bislang nur privat zugängliche artefakte dokumentiert wird ich bedanke mich bei irina kutisch willi also nicht nur für die kuratorische arbeit und die phänomenale wie ich finde phänomenale ausstellungs konzeption sondern auch für das vertrauen dass sie der galerie für die dauer der ausstellung die zahlreichen originalen artefakte aus ihrer persönlichen sammlung über überlassen hat und ich glaube ohne diese originalen artefakte wäre die literarische architekturische zeitreise die wir heute abend bewundern dürfen sicherlich nur halb so intensiv der dank an irina wäre jedoch nicht vollständig wenn ich nicht erwähnen würde dass sie nicht nur kuratiert hat sondern sie hat die komplette organisation gestemmt einschließlich dass sie die künstlerinnen hier eingeladen hat deren arbeiten hier heute abend zu sehen sind und ich weiß nicht ob irina am ende vielleicht dazu auch noch was sagen wird darüber hinaus bedanke ich mich natürlich bei allen anderen die zum gelingen der ausstellung beigetragen haben maria kutisch willi hat steht daher gerade nicht so ist nicht so schlimm hat ihre mutter tatkräftig beim aufbau aufgeholfen ich bedanke mich bei meinem team natürlich was den abend heute erfolgreich für euch gestaltet ich bedanke mich bei graf vor allem ich bin bedanke mich bei 24 hours hotel für die unterstützung der ausstellung sowie last but not least bei den langjährigen galerie sponsoren jungen fsb ohne die die galerie in dieser form nicht existieren würde viel kürzer ging es nicht lieber peter nein hier ja so ist es vereinbart und so ist es richtig also ich übergebe das mikrofon sehr geehrter herr müller sehr geehrte frau kurte schule liebe gäste ich grüße sie ganz herzlich als botschafter von georgien möchte ich ganz besonders unterstreichen dass wir im kulturellen bereich allgemein sehr gute beziehungen zwischen deutschland und georgien haben und insbesondere in architektur bereich auch um zu wissen wir haben schon lange geschichte in diesem bereich also im 19 jahrhundert haben schon deutsche architektur in tieflis so im zentrum rathaus operhaus schulapalast gebaut sogar kirche und woher kam das weil vor zwei jahrhundert haben wir deutsche siedler gehabt und durch diese beziehungen entstand wirklich entwicklung entstand kulturelle zusammenarbeit und auch insbesondere im architektur bereich und besonders georgia sind sehr darauf stolz dass wir durch diese zusammenarbeit so was schönes anbieten können und das wird weiter und wurde weiter fortgesetzt und hotel liberia was dann mit ihrer unterstützung also mit unterstützung von deutscher architekten umgebaut wurde jetzt präsentiert modernes hotel und gibt hoffnung auch wie weiter mit deutscher architektur diese grundlage was wir geschichtlich gelegt haben weiterentwickelt wird ich habe vor kurzem auch mit vertreten von kraft gesprochen und sie haben mir auch zukünftige pläne gezeigt und was mich besonders freut und das wurde schon auch von herrn mühle erwähnt dass wir nicht nur rein architektisch gesehen was gebaut wird sondern im kontext was für integrales teil vom umwelt das gebäude stellt sich stellt und wie vertreter von graft mir gezeigt haben zukünftige pläne haben besonders bezug auf diese umwelt kulturelle umwelt auch dass man nicht nur einfach baut sondern auch einbezieht diese umwelt und diese systematische kontextuale einbezug von umgebung in architektur in planung ist was neues was auch georgia lernen muss mit ihrer unterstützung und hotel liberia umbau vom hotel und diese modernes hotel was wir mit ihrer unterstützung gebaut haben wie ich gesagt habe gibt hoffnung für die zukünftige zusammenarbeit und als offizielle vertreter meines landes natürlich werde ich alles tun um diese initiativen zu unterstützen ich bedanke mich ganz herzlich bei frau kurtis will dass sie diese initiative ergriffen hat und von unserer seite werden sie große unterstützung bekommen herzlichen dank nochmals ja meine damen herren vielen dank für die einladung ulrich und irina was hat das deutsche architekturmuseum mit dieser ausstellung zu tun eigentlich nur ein wenig wir haben vor vier jahren die große ausstellung über tibilisi zusammen gemacht irina kutisch willi und ich waren die kuratoren der grund war georgien ist aufgetreten in deutschland nicht nur in frankfurt als gast der buchmesse und hat es sehr genutzt es gab damals ein national book center mit herausragender leiterin und es gab damals culture georgia eine bewegung mit herausragender leiterin und die beiden damen haben das ganze gepusht und haben zum beispiel hunderte von journalisten eingeladen nach georgien um georgien und tibilisi kennenzulernen und in folge war 2018 2019 tibilisi thema nummer eins und überall war die ansage berlin geht so langsam in ruhestand und tibilisi kommt jetzt also tibilisi war angesagt tibilisi war cool und genau in der zeit haben wir die ausstellung gemacht und haben uns beschlossen dass wir über tibilisi reden und nicht über ganz georgien und wie das so ist wenn man da noch nie gewesen ist es ist für mich eine der spannendsten städte in ganz europa mit palermo vielleicht und beide wild beide gemischt dabei sind sie noch nicht mehr in europa also kurz die frage wo europa aufhört und anfängt aber es ist an der grenze von georgien und sie möchten gerne nach europa damals hing schon die europäische flagge am flughafen sie möchten gerne dabei sein und die chancen sind gestiegen in letzter zeit naja und als wir dort waren haben wir uns umgeschaut was wir überhaupt berichten wollen und ich wollte die ganzen sowjetischen sachen sehen die außergewöhnlich sind und bin auf große vorbehalte gestoßen man wollte mich nicht dahin führen man war nicht so glücklich mit seiner eigenen sowjetischen vergangenheit ich wusste gar nicht genau warum es war im jahr 17 also kurz nach der krim und dann haben mich die gastgeber sehr aufgeklärt was es denn nun mit den russen auf sich hat also ich bin vor fünf jahren schon aufgeklärt worden und mich überrascht überhaupt nicht was heute passiert das war in georgien klar das hat man mir klar gemacht und das war interessant zu sehen wir haben trotzdem die sowjetische vergangenheit gebracht weil sie eben architektonisch so spannend ist naja und dann kommt jetzt der krieg und wir sehen dieses gebäude um das hier geht hat auch eine rolle es war eine zeitlang besetzt von flüchtlingen georgischen flüchtlingen aus der invasion von russland also die parallelen sind da und das man kann zurzeit feststellen dass in tibilisi die demos die größten sind und sie sind die die am meisten bangen dass es nach dem krieg in der ukraine bei ihnen weitergeht insofern ist das ein wichtiges thema georgien steht wieder auf der landgarte und das hat uns damals die augen geöffnet andere haben etwas länger gebraucht für die zeitenwende und da stehen wir nun und jetzt hat irina eben dieses eine ikonische gebäude gewählt für die ausstellung weil es alle zeiten der geschichte georgiens repräsentiert und das ist spannend von der sowjetischen zeit über die umbau phase die oligarchen zeit über die jetzige phase zu dem was noch in zukunft kommen wird und deswegen spielt graf da eine große rolle weil sie dieses berühmte gebäude umbauen durften und die story ist auch atemberaubend dahinter ich glaube ulrich vom ablauf her sind jetzt die herren da die zu dritt hier auftreten werden vielen dank ja danke muss ich das genau super perfekt passend wie immer von dir danke dir ja sehr geehrter botschafter vielen dank für ihre großworte ulrich vielen dank dir für dein unermüdliche deine unermüdliche arbeit hier in der galerie peter vielen dank wir sind sehr glücklich hier mit dabei zu sein und der haupt dank gilt natürlich dir irina herzlichen glückwunsch zu dieser ausstellung herzlichen dank dass wir teil davon sein dürfen denn der kerne ausstellung ist natürlich die geschichte wie schon erzählt wurde dieses hauses und wir hatten fühlen uns sehr glücklich dass wir einen teil dieser geschichte mit sein durften und dazu beitragen durften und damit eben auch ein teil des tieflisser werdens und das der entwicklung in georgien sein durften das war empfinden wir als ein sehr großes geschenk und ich wollte nur eine ganz kleine geschichte erzählen weil die wirklich einfach toll darstellt was das für uns bedeutet hat wir denken öfter zurück an einen moment also wo wir zum ersten mal nach tieflis geflogen sind ich kann mich gut erinnern dass da ein vertreter ein partner des auftraggebers von der firma silk road neben mir saß im flugzeug und ich muss gestehen ich war etwas aufgeregt bin noch nie in georgien gewesen und habe ihn also dann gefragt was mich erwarten würde und worauf ich denn achten sollte und so weiter und dann sagt er irgendwann das ist total einfach man spricht über das projekt in georgien über das was man miteinander machen will und da geht man vor allen dingen essen also man setzt sich im restaurant hin fantastische es kultur in georgien die wir häufig genossen haben dann trinkt man auch was und das macht man vielleicht zwei tage oder auch drei tage und dann ist es ganz simpel entweder melden sich die auftraggeber nie wieder oder man wird gründet eine freundschaft fürs leben also friends forever und wir sind sehr glücklich dass ist der zweite fall eingetreten ist und wir also eine tiefe liebe zu georgien tieflis entwickelt haben und diese freundschaft sehr genossen haben ja das thema das thema geschichten erzählen ist eigentlich etwas womit wir uns auch als architekten beschreiben und das schönste ist natürlich wenn man über einen so besonderen auftrag in eine weite welt ziehen darf um dort zu lernen und dort menschen und kulturen kennenzulernen denn eines was wir schätzen und üben durften in einem land das ja eine sehr geprüfte aber auch eine optimistische geschichte hat ist eben dass wir ein haus mit dieser ikonografischen und von irina jetzt heute so toll aufgearbeiteten erzählung eigentlich die gar nicht architektonischen list hat und wir haben dort viel lernen dürfen und auch unser ganzes team das heute also aus den ersten tagen unserer zeit 2008 ist es fertig geworden auch heute dabei ist dass eben auch architektur so etwas ist wo man übersetzungsprozesse und eigentlich durch das erzählen von von geschichten eigentlich die soziale währung der welt versteht die viel viel größer ist als architektonischer stil und dafür sind wir dankbar und wollen uns eigentlich bei den georgern auch und den georgierinnen vor allen dingen natürlich bedanken dass wir ein unglaublich tolles land eine unglaublich tolles volk kennenlernen durften und drücken dem volk auch in dieser zeit die daumen ich dachte das mit der geschichte sollte ich sagen vielleicht schmück ich das ein bisschen aus alle georgien war für uns immer spannend wer uns kennt weiß wo der name her kommt grafting kommt aus dem weinbau und wer sich mit wein bisschen auskennt weiß dass die älteste weinkultur der welt in georgien beheimatet ist deswegen war das allein aufregender hinzufahren an die ursprünge dessen was uns privat sehr interessiert aber was auch namensgebend war grafting propfen das zusammenführen von dingen deswegen wenn wir architektur machen wolfen hat es angedeutet wir suchen eigentlich immer nach den den charakteren den stärken den narrativen vor ort was hat dieses gebäude uns erzählt was erzählt uns georgien wir haben ziemlich viele interviews geführt mit den leuten und einiges an architektonischer gestaltung in diesem haus ist direkt kommt direkt aus diesen aus diesen geschichten die wir gehört haben also warum es oben eine riesen spa und ein pool gibt auf dem dach hat damit zu tun dass uns immer wieder diese legende erzählt wurde dass da oben angeblichen pool existierte wo nur die sowjets schwimmen durften wir haben davon keine zeugnisse gefunden aber die geschichte war so stark dass wir natürlich ein pool ein riesen pool ganz oben drauf setzen wollten der dann für alle war und so gibt es in den hotelzimmern anlehnung an holzbalkone die typisch sind für den georgischen stil haben wir uns mit felsendörfern beschäftigt die dann das design für die konferenz bereich inspiriert haben dass wenn bauern hatten der das verstanden hat das versuchen aus den geschichten aus den geschichten des ortes neue geschichten zu erzählen das war ein wunderbares erlebnis und ist heute noch zu besichtigen das hotel ist immer noch in ziemlich guten zustand obwohl es ja schon ein paar jahre auf dem buckel hat also wer dorthin kommt kann es wirklich nur empfehlen und so versuchen wir diese narration weiter zu erzählen mal sehen wohin es uns noch trägt wir auf jeden fall haben mit georgien ja so eine lebensfreundschaft gefunden danke ja ich denke ich hört man also natürlich zuerst muss ich sehr geehrte damen und herren ich bedanke wirklich recht herzlich von namens auch meines landes meines freundes die menschen die mich unterstützt haben diese lange zeit das war vier jahre arbeit muss ich sagen und also in einzelnen wollte ich auch mich bedanken peter kasch oder schmal mit mit wem ich zwei jahre wunderbar gearbeitet habe 2017 2018 ich möchte auch drei gründungsmitglieder kraft wirklich recht herzlich bedanken offentlich thomas vielen dank für vor allem für diese freiheit was ich gehabt habe diese letzten neun monate das war wirklich harter arbeitszeit pro tag 19 stunde ich werde jetzt auch meinerseits danken botschafter dass sie gekommen sind weil es es war in delegation wie ich weiß und wenn aus georgien delegation kommt ist dann irgendwie muss man zeit finden auch dafür und das ist jetzt vielleicht kleine ausstellung aber sehr wichtigere ausstellung denke ich für mein land und in dem sinne kulturelle ich sage nicht politisches wir sind alle voll mit ganzer politisches geschehen was letzte zeit passiert und so herzlichen dank also kurz über idee wollte ich sagen diese idee ist entstanden das ist nicht neu ich habe 2000 in einer deutsch georgische familie in berlin ein zeitschrift gefunden das ist hier das ist statt stattbauwelt von 2000 und die ganze zeitschrift war gewidmet also chef redaktor leider jetzt verstorben felix und die ganze zeitschrift ist gewidmet tieflich also schauen sie das ist 2000 ich bin erst sechs jahre in deutschland und dass die fotos was ich hier gesehen habe und die komme gleich zu dem fotograf also ich konnte nicht glauben dass ein deutsche zeitschrift so ausführlich über tieflich schreibt und denkt und schliessendlich die fotografie über fotografer wollte ich sagen das war ein zusammenarbeit von felix 2 und fotografer erik jan oberkirk eigentlich oberkirk ist holen da war er ist berliner erlebt hier und dann habe ich versucht ihn kennenzulernen und wirklich ich habe mehrere publikationen und diese zeitschrift ist mein ein zeitschrift die immer an meiner tisch liegt wenn ich fange ein projekt muss ich immer da reinschauen es sind super es sind fantastische fotos die ich mehrmals wiederholterweise für publikationen für ausstellungen also in ausstellungen und publikationen gezeigt habe und in diesem zeitschrift war damals schon ein artikel über hotel iveria und das sind die fotos dann war das so dann kam idee 2007 also sechs sieben habe ich in berlin hier meine erste große ausstellung gemacht das war in willi brandhaus und dann habe ich ein beitrag über hotel iveria gemacht durch hilfe von erik jan oberkirk und genau diese arbeiten jetzt rechts sind ausgestellt also diese debons was wir damals dem hotel also die erste arbeit über also von mir war damals 2007 und diese arbeiten sind jetzt hier präsentiert dann schauen wir also 2016 in der stadt wien in österreich habe ich mit adolf stiller architekt und kurator in ringturm wien ein großer georgien ausstellung ich war wissenschaftlich habe ich betreut ich war nicht mal kuratorin aber wir haben ein buch herausgegeben die jetzt ausverkauft ist und in diesem buch sie ist auch über über ihr geschrieben aber dann war auch kraft beitrag dabei schon weil 2016 hotel war schon fertig aber wir haben kein guter fotos gemacht und ich habe mir mir wirklich thomas und ralf und wolfram keine mühe gegeben ob mit euch kontakt aufzunehmen entschuldigung und da sind die fotos von selbst von adolf stiller gelandet aber wieder fantastische beitrag fotografien von dieser mit flüchtlingen bewohnte hotel diese fassade von erik jan oberkirk und dann ging die dritte drittes mal wo ich die hotel gezeigt war das war schon in frankfurt da hat er gewünscht eigentlich also die erste idee für frankfurt ausstellung zusammen zu bringen es ging an moderne architektur und ich war derjenige dann irgendwie habe ich gesagt eine ausstellung kann man nicht also wir müssen das schichtweise arbeiten und vergangenen zeiten auch zeigen irgendwie und dann hat doch peter sein eigener beitrag war über diese neue architekturen was nach der millennium entstanden sind und gab es zwei interview und davon einer war mit kraft und ich könnte dann diese interview auch zu hören teilweise also das war telefon interview und dann auch korrigieren manche spezielle begriffe und sowas ich fand das ganz toll ich habe jetzt wieder einmal gesehen wie die durch diese interview wie wir denken die deutschen die besuchen tieflich was nehmen sie mit wie ist das und ganze geschichte auch mit dem silk road und alles also ich kenne das alles mit sagen wir so spekulationen was so in kulissen gerettet ist aber das ist für mich persönlich als künstlerin und kuratorin war interessant was eine seriose deutsche architektur firma schreibt über mein land ja und ja also dann war die ausstellung und in dieser zeit habe ich gedacht mein gott ich muss eine große ausstellung über machen und dann einmal in november war thomas willemeyer auch in frankfurt und wir haben in einer bar waren wir zu dritt und es war auch georgie malatze dabei er ist etwas früher gegangen und dann habe ich gedacht jetzt sagt ihm oder du sagst das niemals ja sag sag und dann habe ich gesagt ja ich werde ja in ausstellung machen und wenn ich sage dann mache ich das auch und dann habe ich angefangen 2009 10 ist meine tochter dann nach berlin eingezogen ich war drei monate hier mitgekommen und dann habe ich texte gemacht ich war in tieflis ich habe in national archiv erste recherche getan getan und zehn archiv fotografien praktisch was sie in andere also die dahinter schauen diese zehn fotos da sind wunderbare fotos auch von naja berlin 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 wunderbare fotos von national archiv tieflis ich habe jede foto für 15 lari gekauft muss ich sagen das ist fünf euro vielleicht und ich besitze rechte und ich kann diese fotos in ausstellungen zeigen zusammen mit anderen fotos und ja diese ausstellung also eröffnung ich bin sehr dankbar euch dass sie so zahlreich gekommen sind aber natürlich das ist so eine ausstellung das muss man auch in vielleicht auch in anderer zeit in ruhe bisschen auch mit freunden vielleicht aber so ein bisschen ruhiger anschauen also hier ist muss ich betonen viel kunst und viel literatur das war auch immer gesprächsthema mit ulrich müller machen wir jetzt architektur oder ist das ein kunst ausstellung aber ich mache eigentlich ausstellungen zusammen mit künstler natürlich ja und ich habe gesehen nicht nur architekten denken über diese hotel sondern es sind die menschen auch fotografen das komme ich noch dazu aber es sind künstler auch georgia aber auch die deutschen die über hotel über ihr gedacht habe dann habe ich das zusammengestellt und da sind etwa zwölf künstlerische beiträge dabei die von ich sehe hier soviert aber dass er gestern war ketuta alexi menschisch willi hat besucht galerie toli astachisch willi alle drei damen leben und arbeiten in berlin die die sind georgia dann ist ein wunderbarer werk auch von aus frankfurt guido zimmermann dieser uhr die tickt wir haben fotografien von sebastian schobert die ich auch nicht zu vergessen habe ich erikian also ich entschuldige mich ich würde sehr gerne deine foto hier machen aber ich habe dafür entschieden entschieden weil das ist ein und auch nicht hotel von kraft neues hotel ich entschuldige mich wirklich ich habe gedacht es muss ein eine gebäude sein die auch nicht neu ist aber auch nicht das was war auch kein archivfotos sondern ein foto ein foto inzwischen zustand also eine gebäude die nicht mehr ein hotel ist eine gebäude die praktisch gar nichts mehr ist es ist ein turm in stadt und dann war ich habe einen katalog gehabt von sebastian schobert ganz zufällig das war 2011 herausgegeben liegt hier und da sind diese drei fotos zusammen seine frau ist georgierin und er war sehr viel in tieflich und er könnte auch diese also das fällt mir in fotografien ein zwischenzustand als die flüchtlinge diese hotel verlassen haben und jetzt bisschen noch alles abzukurzen ich habe hier literarische beitragen gekommen aus fried nielsen das ist die person kenne ich schon gute 30 jahre er war erste kultur attache in tieflich er hat mich geholfen nach deutschland zu kommen überhaupt wir haben ein buch zusammen gemacht buch ist dreimal über georgien gelegt davon nehme ich seinen literarischen teil über abkhazien das lohnt sich zu lesen also das ist in neunziger jahre also chronologisch ist das auch gebaut ich habe einen beitrag von andrej tarkowski von seiner tagebuch marty rollo als ich in deutschland kam die erste was ich in bücherei gesehen habe das war drehbuch nein also tagebuch von tarkowski also ein traum für mich georgierin habe ich sofort gekauft und da war dass er so circa sechs seiten er hat in hotel iberia gelebt 1982 15 stock und du hast erikian foto exakt 15 stock vielleicht ist das flühe 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 gelaufen gelaufen ist ja und dann danke ich auch lascha bakhase weil er hat mir wunderbare möglichkeit also information gegeben zum beispiel adolf endler berliner schriftsteller und also er hat übersetzt georgische übersetzer und hat interpretiert georgische gedichte sein buch liegt da zwei erzählungen über georgien zu erzählen habe ich vergessen ja und es ist auch beitrag durch laschas hilfe habe ich auch informationen von russer zum beispiel ich sage jetzt so politik politik aber über wladimir wie sozky zwei schallplatten wunderbare geschichte mit orangen die hier auch präsentiert sind also wie sozky hat auch geliebt in hotel iberia nicht zu vergessen ich weiß nicht vielleicht vergesse ich etwas aber ausstellung ist aufgebaut literarisch architektonisch politisch es sind viele parallelen ich komme von film von szenografie ich habe gefühl von raum von meiner kindheit und ich bin glücklich dass in dieser ausstellung vielleicht habe ich eben diese parallele zusammen gebunden kann man sagen ja und in jeder ausstellung aber in dem ausstellung besonders habe ich versucht ich spreche jetzt nicht mehr über flüchtlings drama ich spreche auch nicht über politik ich sage nicht dass ich sage abtrünnige republiken so nenne ich das ich zeige auch nicht die garten wo abchazien und ossetien zum beispiel oft rosa farbig gefarbt aber deutsche zeitungen liegen hier von 2008 von letzter krieg mit russland und also in in schienvali region also wie in georgia sagen wird schienvali region in deutsche presse kommt das als süd ossetien das ist bisschen so versteckt das wollte ich jetzt nicht groß aber kann man anschauen und noch mal herzlichen dank fürs kommen und wir haben auch nicht vergessen führungen samstags die nächste ist also jetzt samstag und danach ist 17 september und dann ist erste oktober und die große veranstaltung mit symposium kommt 6 oktober donnerstag und sind sie herzlich willkommen da wird gesprochen das was zu sprechen ist eigentlich auch über politik über architektur graf ist dabei berliner schriftsteller eigentlich aus stuttgart aber ehemaliger direktor von goethe instituts von 2007 und 2013 stefan wachwitz wird dabei sein es wird saal andronikaschvili ein denker und intellektuell aus georgien die hier in leibniz universität arbeitet nikolaus von twickel ein hervorragender kenner georgien und tinatin gurgenitze wird dabei sein sie ist gründerin für twickel ist die biennale architektur biennale und ich habe eingeladen aus wien aus architekturzentrum wien datarina ritter mit ihr habe ich habe sie sehr geholfen 2012 sie hat zusammengestellt große sowjet architekturausstellung und da war etwas bisschen von meiner vater und so kennen wir uns also ich ich danke alle freunde kollegen und architekten und direktoren ulrich müller peter kaschola schmal für diese dabei stehen und ausstellung dieser eröffnung und ich wünsche ihnen schönen abend noch mal vielen dank madloba w w w w w w w Vielen Dank.